So, dann auf uns gefecht und hoffen wir mal, dass hier in der Map nicht so viele Finkies und Spectres sind. Oh, schon wieder 300 Gegner. Wow, das sieht ja mal nice aus. Das sieht ja mal auch nice aus. Eine liegende Achtung, eine liegende Achtung. Ob das irgendwas zu bedeuten hat? Wow. Mann! Ich habe gerade noch gesagt, hoffentlich keine Spectre und Pinkies und überhaupt Viecher. Ich meine, wer braucht schon Monster? Oh! 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 Da hat er so voll genutzt. Na gut. Gibt es noch was? Achso, hier. Hier gibt es nichts. Okay, gucken wir mal. Also wir haben hier eine Tür. Achso. Blaug aber schon mal nicht rein. Gehen wir mal rein. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das ist gut. Oh, das ist gut. Achso. Aber da ist eine blaue Tür, doch blaue Tür. Da ist die blaue Tür. Also hier ist der einzige Weg in die Schmerz. gibt es das hier so ein ding der wuster so eine hebe bühne ach, hä? von den kommen wir? ne kommen wir nicht sieht nur genau so aus so hier drinnen hör ich schon mal was komme ich gar nicht rein ich komme auch nicht rein na gut dann ist jetzt hier die portas vielleicht müssen wir hier rein schon wieder offenbar diese knöpfe die man drücken muss geht man jetzt schon auf die eier orange wie das fleck weil ihr abgeben boah meh stürfalt oh naja stürfalt komm wir von hier oh auch so kacke ja komm wer sich traut kann herkommen ja okay komm ich hoch schon noch ein pink brauche ich nicht da hat es aber nicht oh oh mein gott oh mein gott aber hier war noch dieses eine ding was ich da sperren konnte oder musste ne nicht ne hier wie komme ich da ran hm hm hä das ist ja schon wieder was weiß ich denn hier alles was ist das denn achso hier ja kommt der her wow das hat alles und nichts und wieder nichts gibt es doch ja nicht trapp an Mädel was machst du denn da schon wieder hier äh ach warte ja dankeschön 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 klar he ja hat meine die sind ja du hast du oh ja das ja du das ja Wo bin ich hier? Wie das? Welchen Katakomben? Von hier raus? Ja! 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 Oh mein Gott! Oh! Das war fein! Dankeschön! Ja, hallo! Äh! Gut, da komme ich noch nicht ran. Hier hoch komme ich auch nicht, oder? Da ist ein Schalter, oder? Nein, doch nicht. Na gut! Nächste Tür! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, was hier schon wieder mit's abgeht, das geht's doch gar nicht. So, ich muss noch nicht lang. Hier ist so, da haben wir noch nicht. So, haben wir. Boah, Alter. Hier ist ein Flauter. Ah! So, und der Schalker ist, komm ich nicht ran. Komm ich auch noch nicht ran. Gut, dann geht's mal wieder weiter. Gut, dann geht's mal wieder weiter. Was für eine Verschwendung von Munition, ey. Oh, Alter. Ich hab echt das Gefühl, diese Leute von Frieden, die neben die Pinkies. Das ist ja... Oh, Alter, wo waren die denn noch? Was haben die denn mit ihren Pinkies? Was? 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 Ja, verurteile. Substan. 1, 2, 1 Achtung! Oha, Alter, ich sehe doch schon wieder Pinkies, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich hab keine Ahnung, was die machen wollen. Ich glaube, wir können doch etwa stehen jetzt. Wow, was war das denn gerade? Äh, was hab ich gerade gesagt? Ich hab keine Ahnung, was auch immer. Oh, ah, rieblich. Also, ist immer noch zu, okay. Alter, ich hab schon wieder Pinkies, ich hab langsam auf diese Fischer echt so einen Nerv. Äh, oh, wow, achso, hab ich da jetzt. Schauen. Ich set mir low. Warte, ich kann echt nur noch 18 Leben? Wollt ihr mich verarschen? Ihr seid doch quank. Oh, Alter. Ja, das wird, das sind einfach viel zu viele Pinkies hier. Nein, nein, nein. Ja, das ist einfach. Was? Hä? Ja. Oh Gott! Manu! Ach so, ja, ja! Passt du jetzt 4 mal? Oh! Was soll ich denn jetzt hier machen? Hallo? Da ist Säure, okay. Ja, tapiert. Achso. Ah, okay. Also der öffnet den hier und der öffnet weiß der Geier was. Die nehmen trotzdem! Warum dehnen die mich? Wo ist der was? Oh, da hab ich grad Schaden bekommen. Ich hab doch grad gar nicht an der Wand. Oh Gott, ich noch mehr. Hä? Warum redest du das? Hat doch grad nicht durchgebrannt. Was ist denn hier los? Moment schon mal. Ich dachte nämlich grade, dass ich die Dinger praktisch in Flammen setze, wenn ich... Oh Gott! Oh, 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 oh. Kannst du echt machen, was du willst. Bin ich jetzt hier. Bin ich hier wieder am Anfang? Ja. Gibt's hier Leben? Nein. Doch. Ein bisschen. Ja. Ich hab's echt. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Alter, ich hab keine Ahnung, was ich mit diesen scheiß Pinkies machen soll. Ich hab's gar nichts. Ich hab's nichts brauchbares. Ich hab's nicht mehr ansehen. Ich hab's nicht mehr ansehen. Alter, ich schwör's. Ich setz die Scheiße in Brand, oder? Was soll denn der Mist? Okay, die restlichen Fehlern ist jetzt sowas von egal. Was ist das? Nein. Kommt aber nicht hin. Na, das war fast wahrscheinlich eine Verschwendung, keine Ahnung, ich hab nicht drauf geachtet. So, das ist immer wieder so ein Leben. Oh mein Gott. Was? Heavy Cumbid armor. Oh! Ich fass mich jetzt schon wieder schauen, bekommst du doch gar nicht in der 2 Euro drinnen. Oh Mann ey, dieses Spiel so greift nicht. Oh Mann, was kriegst du denn hier? Oh Mann, was kriege ich denn hier? Der Kieler ist tot! Also ich glaube, wenn es mit den Pikis noch schlimmer wird, ich glaube dann, weil das nicht abbrechen muss, das ist ja, ich weiß nicht, das ist ja schon eine Zuwutung hier. Alter! Alter! Oh! Hä? Macht nicht wirklich Sinn, ist aber wahrscheinlich auch nicht wirklich schlimm. Die Textilie ist auch komplett falsch verpackt. Keine Ahnung. Was kriegt mir denn das jetzt hier? Was würd ich denn hier machen? Okay, jetzt nur einmal Rüstung. Und ansonsten, das wär ein Topmar. Ja. Muss ich wieder zurück, oder was? Ich sag, ich hab gar nicht so gewusst. Oh, fuck! Okay, da wird die Führung rein. Oh, Alter! Oh, Alter! Also, es kommt noch weiter. Oh, Alter! Na gut, dann suche ich mal noch mal ein bisschen... Na, Brust habe ich wahrscheinlich vergessen, finde ich keine mehr. Ein paar Shells finde ich aber auch keine mehr, natürlich auch delizios. Ich höre immer, ach, ist immer noch so ein Viech oder was? Ich glaube, wenn es so weitergeht, dann werde ich wohl einfach mal Doom nehmen. Diese Watt-Datei, die kommt bei mir, also hier, in eine ihrer Eislös-Dateile auflösen und alles, was mit Pinkies zu tun hat, einfach mal komplett lächeln. Das mit dem Pinkies ist echt eine Qual. Also, ein bisschen overpowered. Wow, das fand er aus Versehen. Ja genau, das fand ich aus Versehen die Rüstung genommen hatte. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, danach immer mal Doom zu machen. Und dann mit dem ganzen Pinkies hat mir die Rüstung überhaupt nichts gebracht. Das wurde nur zu mehr, naja, Nahrung für die. Na gut, ich geb's auf. Oh, Alter Schwede. Hoffentlich ist es echt nur die erste Episode so. Mit dem Pinkies ist es echt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gut,DIE Pfeife. Kommen.